Vor 50 Jahren plante der legendäre Alfred Hitchcock ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk, das neue Standards setzen sollte. Ein Meisterwerk, das seiner Zeit voraus war. Ein Meisterwerk, das deshalb unvollendet bleiben musste. Weil es ein mysteriöses Geheimnis birgt. Kultregisseur Christopher Nolan, in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz und dir, vollendet Alfred Hitchcocks Vision. Kaleidos Co. Die Geschichte eines Mannes, gefangen im Netz aus Lügen und tödlicher Gefahr. Demnächst auf NextGenerators.com Kaleidoso